Tani. Ich suche nichts. Frohes neues Jahr. Ich habe frohes neues Jahr, Kathi. Frohes neues Jahr. Mir ist gerade aufgefilmt, dass auf meinem Tisch einfach ein Sendstück liegen. Ja. Das war Glück. Stinkt, wir haben gerade abgelaufene Salami gegessen. Hier habt ihr Bock von Send. Hier, ich schenke ihn euch. Tschöne. Das ist nicht immer so cool. Wollen wir kurz anschlossen? Ich und die Kathi haben gerade ein Lachfleisch. Kathi hat gesagt, sie hat Angst, dass das Glas wimmelt. Vielleicht macht es doch immer hohl. Mach das immer hohl. Ich kich das nicht. Ist das lustig? Frag es in die Kommentare. Ich habe immer geglaubt, weil da was drinnen ist. Stoßen, Leute. Stoßen mit meinen Abonnenten an. Alle, die jetzt Zick trinken oder Wein trinken und sich das Video anschauen. Auf drei. Eins, zwei, drei. Frohes neues Jahr. Das ist meine Erfolge. Kennst du auch meine Schwester, Dani Duko? Du kennst ruhig mal auf ihren Kanal schauen. Guckst auf meinen Kanal. Auf jeden Fall, gestern ist ein Prankvideo online gekommen. Am 31. Letztes Jahr ist ein Prankvideo hochgeladen. Letztes Jahr? Letztes Jahr! What a fish! Wie hört sich das an? Oh mein Gott, letztes Jahr ist ein Prankvideo hochgeladen. Eigentlich gestern. Ja, eigentlich gestern. Wie hört sich das an? Wie hört sich das an? Auf jeden Fall gestern in der Früh habe ich ein Video hochgeladen, so um 9 Uhr, wo ich die Katte gepranket habe. Also 2016? Ja, 2016 habe ich die Katte geprankt. Sogar im Pool habe ich sie geprankt, weil sie so beschwommen ist. Sie hat mich nicht angeschaut. Das war 16. Ja, das war 16. Und auf einmal habe ich sie voll erschreckt. Und ich bin so hinten reingeköpft. Okay, wir wünschen noch... Noch nicht das Video, wenn es nicht mangelt weiter. Okay, Rede. Letztes Jahr. Welche Geschichte haben wir? Ah, ich habe eine Idee. Nehmt euch Sekt oder Kindersekt, setzt euch an euer Riesenfenster. Oder am Tisch, am Schreibtisch. Ja, oder am Schreibtisch. Ja gut, habe ich gesagt. Verdecken das mal lieber. Hol euch ganz viele Snacks. Hol euch eure Schwester oder das Freund bei unseren Wiesenschwestern. Hier sieht sie. Liebe Katharina Kirk. Fettfing und hat mir gerade das Fettinieren von aufgewischt. Nee, Dani. Und ihr könnt euch einfach beschließen... ...zu essen. Nicht zu essen. Ähm, das ganze Jahr nicht nur zu schreiten. Also so wenig wie möglich machen wir... Ja, der ist ja auch in der Hölle. Wir streiten wirklich kaum. Und das war's. Das war's. Das war's. Also frohes neues Jahr. Aha, frohes neues Jahr. Nächstes Jahr werden auch coole Videos online kommen. Dieses Jahr werden coole Videos online kommen. Tschüss. Shoals Martinez ... ... ... Vielen Dank.